Musik Musik soll ja eigentlich gute Laune machen. Nicht so wie der Radau gerade. Musik soll einen von Langeweile befreien. Musik soll die Konzentration steigern. Mit Musik lernen wir besser. Aber kennt ihr das nicht auch noch? Wenn eure Eltern dann gerufen haben, macht die Musik leiser. Oder du kannst dich so nicht konzentrieren. Und ihr dachtet, doch gerade bei diesem Lied. Mega, das pusht mich. Also, steigern wir mit Musik nur unsere Emotionen? Oder lässt es uns wirklich besser lernen? Dieser Frage gehen wir jetzt mal nach. Hey Leute, herzlich willkommen hier aus Sozialverzogen. Eurem authentisch, empathisch und vor allem digitalen Bildungskanal. Freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Wie wir wissen, Lerntypen sind unterschiedlich. Der eine kann unter sehr lauten Atmosphären lernen. Und dann gibt es Menschen, die können nur lernen, wenn es absolut ruhig ist. Da darf nicht mal eine Nadel auf den Boden fallen. So still muss es sein. Aber ein klarer Fakt vorab. Musik hat eine stimulierende Wirkung auf unser Gehirn. Auf unsere Lernprozesse. Und auf unsere Emotionen. Mozart? Sagt euch noch was, ne? Jetzt? Schulwissen, fünfte Klasse. Wann hat er gelebt? Ähm, ja, du da hinten. Genau, 1756 bis 1791. Und dieser Mozart hat ja Meisterwerke verbracht. Das wissen wir aus der Musikgeschichte. Und die sind so besonders, dass sie die Intelligenz eines Menschen beeinflussen. So eine Studie aus den 90er Jahren, die den Mozart-Effekt untersucht hat. Nein, heute, 25, 30 Jahre danach, wissen wir, jedes Musikgenre kann leistungsfördernd auf den Menschen einwirken. Der Stil muss halt nur passen. Ich persönlich könnte zu Heavy Metal überhaupt nicht lernen. Zu Hip-Hop-Beats ohne Sprache könnte ich das wahrscheinlich sehr gut. Was eben über die neueren Studien bekannt ist, klar, Musik steigert das Wohlbefinden, steigert die Konzentration und natürlich auch die Ausdauer, sich aufmerksam zu halten. Häufig gelten aber natürlich klassische Musikstücke und Songs ohne Sprache als sehr leistungsfördernd. Sobald aber die Sprache ins Spiel kommt und vor allen Dingen, wenn es die Muttersprache ist, vertiefen wir uns doch eher auf den Textinhalt. Und das kann wiederum ablenken. So, mal gucken. Vielleicht als Anekdote. Ich war auch nie der Musikerzieher. Wirklich nicht. Ich habe auch gar nicht gesungen mit meinen Kindern. Reime, Fingerspiele, ja, singen. Also, mich hat sogar der Musiklehrer früher nicht singen lassen. Wir wissen also, Musik hat eine positive Wirkung auf uns und genau deshalb gibt es auch Musiktherapie. Dieser therapeutische Nutzen von Musik hilft vor allem auch Kindern mit ADS und ADHS. Denn sie haben plötzlich die Möglichkeit, mit Hilfe eines Instruments ihre kompletten Emotionen rauszulassen, verständlich rauszulassen. Und dadurch bekommen sie ein eigenes Gefühl dafür, was eigentlich los ist mit ihnen. Durch diese intensive Musiktherapie ist es eben auch diesen Kindern möglich, Aufmerksamkeitsspannen zu erweitern und bestimmte Handlungen zu optimieren. Wenn jemand von euch Musiktherapeut ist, dann lasst uns doch mal gerne in der Infobox teilhaben, wie so eine Musiktherapie aussehen kann. Würde mich total interessieren. Oder ihr seid bei einem Interview dabei und wir veröffentlichen das hier, wenn ich wieder auf meinem Kanal oder auf meinem Podcast. Aber sowas verstehe ich ja eigentlich nicht. Naja, das macht doch auch nur Radar aus. Versuchen wir nochmal zu verstehen, was jetzt in unserem Gehirn passiert, wenn wir Musik hören oder auch Musik machen. Wenn wir Musik hören oder selbst machen, dann produzieren wir Schallwellen. Und diese Schallwellen kommen zuerst ins Innenohr. Von da aus überträgt der Gehörnerv diese Schallwellen an den Hirnstamm. In diesem Hirnstamm angekommen, wird der Schall in verschiedene Areale verteilt. Zuerst natürlich in den Hörkortex. Und von da aus werden weitere Prozesse in Millisekunden angestoßen. Deshalb sind auch viele Areale an dieser Verarbeitung beteiligt. Es geht in den auditorischen Kortex, dann zum Bruckerareal, also das Sprachzentrum, und verschiedene motorische und visuelle Areale. Bis hin zum limbischen System, was verantwortlich ist für Emotionen. Also ihr merkt, das ganze Gehirn wird beansprucht, um Schallwellen zu dekodieren. Und Musik besteht ja aus vielen verschiedenen Tönen und Rhythmen und Harmonien und Klängen, wie wir ja gerade schon wissen. Und das muss der Kopf komplett erstmal verarbeiten. Deshalb ist Musik auch so eine ganzheitlich wichtige Geschichte für die Entwicklung von Kindern. Und genau jetzt kommen wir auch nochmal abschließend zu diesem Thema. Denn es besteht ein Zusammenhang zwischen Musik, Bewegung und Sprache. Schon Karl Orff war sich sicher, dass Klang, Geist und Sprache in enger Verbindung zusammenstehen. Außerdem war ihnen ganz klar, dass Kinder auch eine natürliche Verbindung zu Musik und Bewegung haben. Ihr habt das jetzt selber vielleicht schon mitbekommen, wenn euer Kind oder das Kind in eurer Gruppe Musik hört und plötzlich einfach rhythmisch anfängt, einfach so mitzugehen. Beziehungsweise sich definitiv schnell davon beeinflussen lässt, entweder rumzurennen oder dann eben doch einfach zu tanzen, wie wild. Oder sich dann selber Instrumente zu nehmen, um mitzuspielen. Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass Musik ein stimulierender Faktor für Lernen ist. Es hat so viel Einfluss, dass wir eben klar sagen können, hey, wir brauchen Musik für die kindliche Entwicklung, für die Entwicklung bei Jugendlichen und natürlich auch bei uns Erwachsenen. Wir lernen einfach besser, wenn einige musikalische Aspekte mit dabei sind. Lasst also eure Kinder laut Musik hören. Lasst sie auch laut Instrumente spielen, vor allen Dingen auch in der Kita. Ihr müsst keine musikalische Grundausbildung haben, um musikalisch zu wirken. Mich hat das selber häufig geärgert, weil ich dachte, so Gitarre spielen wäre cool. Aber so richtigen Fail dafür habe ich einfach nicht. Beziehungsweise, naja, ich habe mir einfach nicht die Zeit genommen. Seien wir ganz ehrlich, Musik ist ein wichtiger, wichtiger Bereich, um Lernprozesse nochmal von einer ganz anderen Perspektive in Gang setzen zu können. Aber jetzt mal ganz ehrlich, ist so eine leise Melodie oder von mir aus auch halblaute Melodie nicht angenehmer zum Lernen als eine laute Stille? Naja, es ist so, wie es ist. Jeder ist anders. Ihr seid richtig gut drauf, wenn ihr gleich dran bleibt und euch schon mal in das nächste Video reinhaut. Zum Beispiel mein letztes Video. Da ging es um das Thema Gendern bei Kindern. Sollen sie sich selber ihr Gender aussuchen können oder müssen wir da Einfluss nehmen? Entscheidet selbst. Würde mich freuen, wenn ihr da auch rein schaltet. Ansonsten bleibt ihr sozial verzogen. Bis zum nächsten Video. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao.